so leute ja wir haben den 8 dezember 2018 und es geht schon los die ersten zuschauer schenken mir ja schon so weihnachtsgeschenke und zwar möchte ich mich bedanken bei lanzknecht 67 er hat mir geschenkt 14 premium tage spielzeit und hiermit nehme ich das ganze an und werde zu deinen ehren zwei runden oder drei runden spielen und ja vielen dank dafür ja einige zuschauer fragen mich dann immer kurz vor weihnachten so ja was hättest du denn gerne also gold premium tage und vor allen dingen diese goldpanzer ich habe 45 stück aufgezählt das einmal 11 der ganz kleine mini scout da der elk elk dann is6 dann defender dann mauerbrecher und den neuen leitachter lp 432 oder wieder wie der heißt das sind so meine wunschkandidaten ja ansonsten ja vielen dank dafür und ja wir sehen uns jetzt beim let's plane für in deinen ehren landsknecht 67 vielen dank noch mal ja so aufnahme läuft so stell dich schon mal hierhin einmal nach rechts aber hier an dem stein da vorne damit du arti safe ist wenn was ist und du musst ein bisschen früher abdrücken die herrscht munition fliegt langsam ne das heißt selbst wenn du nur ein stück vorhält fällt der schuss nach hinten weil die übelst langsam fliegt muss schon so zwei panzerlängen voraus amen irgendwie so der ist nicht früh genug aufgegangen so ich liebe das ding ist einfach brutal okay du kannst jetzt der anderen seite helfen du kannst hier kommt aber einiges ja ja mach du mal da drüben aber ich muss auch hier glaube ich abbauen es ist zu viel zeug hier weißt du wo der andere fv ist war das schon auf guck mal dass du die linke flanke bearbeitet da die zwei da unser e 50m gammelt hinten an der td position geilster typ ever ja 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 Ich würde dem ja gerne helfen, aber dann würde ich den aus Versehen treffen und der würde sterben, also scheiß drauf Ja, schade, den Progetto, den hättest du auch one-shotten können, wäre der früher aufgegangen, aber da hat keiner gespottet irgendwie frühzeitig Aber der andere FV, den habe ich ja auch, der ist so ein bisschen unbeweglich, weißt du, deswegen kommt man mit dem seltener dazu, Schaden zu machen Gum-Depression ist nicht da, Schnelligkeit ist nicht da Dieses Video geht zu Ehren des Zuschauers, der mir die 14 Tage Premiumzeit gespendet hat Also Weihnachten ist noch nicht da, die ersten Zuschauer verwöhnen schon den Akku, vielen Dank dafür Weiß ich zu schätzen Auch vielen Dank an die Leute, die letztes Jahr zu Weihnachten diese ganzen Premium-Panzer gespendet haben Scorpion, Lorraine 40-Tonner habe ich Dann, ja, diverse Gold-Pakete und Geschenke und so, also vielen Dank Du kamst zu nix, ne, lass mich raten Äh, ein Schuss Ja, das ist halt schwieriger, aber ich habe jetzt auch nicht mega viel Damage, ich habe die ganzen One-Shots rausgenommen Außer den Progetto, den habe ich gewone-shottet Der Arme, der stand mit dem Kopf draußen, habe ich dem einfach in der Hash-Munition in den Kopf geschossen, ey Der Arme, du ey, der Arme, du Oh, Server unterbrochen, ja, geil Ja, gut, bis gleich, ich nehme noch ein bisschen auf Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal